Ok was steht da? Du spielst gleich ein Prototyp Level von Golden Eggs Rainborn Ein eingestelltes Projekt von einer vergangenen Zeit von Sega Blablabla, wundere dich nicht um Bugs, wir haben es noch nicht ganz fertig gestellt und aufpoliert Es ist eine Kleinigkeit um zum 16. Jahrestag Danke zu sagen Blablablabla Ich könnte ja selber durchlesen Und ich würde sagen ja Wir start Was ist das? Wir spielen ähm HONG CHANG SHEN YOUNG Golden Eggst Wie kommt mir das bekannt vor? War das nicht mein Spielautomaten? Ach 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 Kommen wir irgendwo bekannt vor? Sega hat ja auch Spielautomaten gemacht Huachachachua Huach 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 Ok Und da ist hauen Und da ist hüpfen Und da ist anders hauen Und hier ist Nix Schnell hauen Langsam hauen 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 Hoach Hauen hauen Schnell hauen Oh Schnell hauen hauen Ja, der ist schnell. Hoah! Geht nicht. Cross Start. Ach, da kann wohl noch ein zweiter einsteigen. Kann ich das irgendwie auch gehen? Welches ist dafür? Der andere Knopf? Der B-Knopf? Äh, nö, der B-Knopf. Funktion ist los! Ku-chiang-fang-ching-ching-pong-hang Hau drauf und nix. Aha! Muss man mal zählen, bevor sie ankommen? Schuss! Ah, ja. Wann geht es mal in der G3-Mauk? Wann geht es mal in der G3-Mauk? Wann muss man andere Hauptstand halten? Wann geht es nicht? Wann geht es nicht? Drücken Sie schnell die X-Taste! Wann geht es nicht? Wann geht es nicht? Wann geht es nicht? Ja! Ja! Warum kann ich nicht? Doch, warum kann ich nicht? Hä? Dann machen wir doch etwas weiter. Wir meinen hier müssen alle 3 auf den Stand halten. Beziehungsweise steht keiner mehr auf. Was ist das? Ah, das ist doch ein Knie. Äh, das ist doch nicht so... Man kann auch mit einem Schwerst und zwei, ich glaube, das ist doch nicht so... Man kann sich also auch eine ganze Meude... ...wann war das nicht so... Ich würde nicht so... Was ist das? Das... Du musst halt so aufhören, wenn ich von... ...zwei Seiten gleichzeitig... ...zwei Frontcamps... Oh, das tut mir jetzt leid, das wollte ich nicht, ...dass du da verunfallst. Nein! Dein gehabt zu... Das verlangst du noch von einer Seite kommst... ...die ...dass die Ziel-Strategie stehenbleiben... ...und stehend Dicksdrücken... Ich weiß, was ich nicht Oh, der fliegt Ja, das ist alles wieder hin und runter Das ist nicht Man darf halt nur nicht so durchraschen Ach, bleib liegen Wer bist du denn? Du bist doch mein Endgegner Golden Axe Crossed Star Okay, das war's Das war schon Ich hab's beim ersten Mal durchgeschafft Äh Jo Was soll man da noch sagen? Beim ersten Mal durchgeschafft Äh, war vielleicht noch ein bisschen zu einfach Gut, durchgespielt War einer so kleiner Teaser wahrscheinlich Aber Naja, für 6 Minuten Spaß Taubtisch Alles klar Auf zum nächsten Let's Play Wenn ihr Leute alle so kurz sind dann Ja Man sieht sich Tschaui Tschaui Ja Tja 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 Tja